Wir müssen einfach präsentieren, was wir zur Verfügung haben. Ja. Gute Skins, kein Skill. Ja, so ist es. Ich bin vielleicht nicht gut im Game, aber ich bin gut daran, das so zu schneiden, dass es so aussieht. Ja. Jeder verfehlte Schuss rausgeschüttet. Wie stehst du das? Zwei Kills am Ende der Runde, aber der Victory Royale Screen ist da. Mhm, ja. Okay, denkt mal, die meisten von euch sind sich bewusst, dass wenn ich ein Video pro Woche hochlad, hat, neues Video jeden Samstag, ab und erlassen, um es nicht zu verpassen, ihr wisst Bescheid. Dann ist dieses Video ein Bestoff von einer gesamten Woche von Aufnahmen, die ich extra so geschnitten habe, dass sie so gut wie möglich sind, okay? Und die ganzen Runden, wo wir einfach gestorben sind oder ganz knapp vorm Ende massiv verkackt haben und irgendwie an der Zone gestorben sind oder so, würde ich nie machen, natürlich. Kommt ihr in der Regel nicht zu sehen, aber in dem Video hier, es ist auch wieder ein Bestoff von der Woche, aber ihr bekommt jetzt mal ein bisschen eine akkuratere Repräsentation wie die meisten von meinen Runden laufen. Bei den meisten Runden labern wir einfach für 20 Minuten absoluten Bullshit und dann werden wir absoluten massakriert. Viel Spaß, lass den Like da, wenn euch das Video gefällt. Alter, hier kann man sich eine blaue Pump kaufen. Wild. Ich habe nicht viele Mets. Oh, cool. Mal wieder klassischer Tag an Amerika. Ja. Eine Pump im Automaten gezogen. Ja, ja. Oh, lol. Sag doch was. Load on. Nice. Nice, 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 nice. Ich habe zum Artenaussterben beigetragen. Aktiv. Nice. Nice. Entschuldigt mit anlagt. Ah, da hinten ist ja Holz. Exotisch. Was war das für ein Angriff, Alter. Lass mal die bossen. Ich brauche Holz. Holz. Oh. Oh, sei ja. Digger. Nice, one. Dad, du hast dich das Holz aber geholt, Juge. Ich brauche Holz, zerstöte das Holz. Erstmal Fenster einschlagen. Alle Fenster müssen eingeschlagen werden. Ich habe alle Fenster eingeschlagen. Gute Nacht. Ich will mit dem Auto in den Stahl reinfahren. Nice. Ich weiß, ob das nicht geht. Lol. Das geht einfach nicht. Ja, okay. Andere Lösung. Andere Lösung. Jetzt erst mal nach Gegnern suchen, ey. Kann doch nicht wahr sein. Aktiv dabei. Komm, please, please, please. Nein, ich bin im Wasser. Oh, ich glaube dem Auto geht es gar nicht gut. Warte, wir treiben jetzt mit dem Boot, Junge. Junge, das Boot will nicht ins Wasser. Jetzt, hallo. Das ist ein sehr untypisches Boot dann. Ja. Oh, ich will sehen, wie weit man damit fliegen kann, wenn ich da aufgehe. Scheißegal, ob ich sterbe. Mein Gott, guck mich mal an. Guck mich mal an. Ich war Issa, bin ich vorhin auch rein, Junge. Ja, aber ich bin ein Gespenst. Ich bin... Ah, lol. Siehst du, wie hoch ich bin? Siehst du, wie hoch ich bin? Jo, das mache ich jetzt auch, das mache ich jetzt auch. Das ist übel sick. Jo, guck mal, wo ich bin. Wo sind sie denn? Äh, Digge. Oh, oh. Mein Ding hört auf. Hoffentlich kriegt man keinen Fallschaden. Guck. Im Action, ich bin jetzt einfach abgestürzt und gestoppt. Wir machen auch nur Scheiße gerade, ne? Das ist insane. Wie kommst du denn da rauf? Ich bin stuck. Step-row. Ah, step-row. Oh, bei mir sind Leute. Ich fahre einfach weiter zu dir. Ja, tu sie das. Weil ich die übelste Heizerkarre habe, Junge. Siehst du mich, Junge? Siehst du mich? Zack. Sieht man das? Oh, Junge. Fresh. Ey, Junge. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Bist du im Wasser? Ja. Oh, Mann. Digge, das Ding soll jetzt ab. Das war es mit der Heizerkarre. Ja, können wir jetzt mal spielen eigentlich? Ich spiele Wandersimulator gerade. Schöne Landschaft hier. Ich habe ein paar Pilze gefunden. Ein paar Fotos gemacht für Instagram. Die sind übelst am... Eid. Oh, die schwitzen da mega ein. Ja. Ja, ich habe dem einen noch einen 100er gegeben. Es ist kalt hier. Nicht sobald es unter 20 Grad draußen hat. Schöne doch unseren Skin. Den Pest-Boy. Hier. Den Corona-konformen Boy. Wenn das mal nicht eine Maske ist, dann weiß ich auch nicht. Da kommt gar nichts durch da. Deine Maske im Gegenteil dazu? Nicht effektiv. Wieso hast du dich eigentlich nicht Swagger Boy genannt? Wäre viel cooler. Sicher doch. Mensch, du kommst einfach auf YouTube, klickst auf so ein Video und moin Leute, Swagger Boy hier mit einem neuen Fortnite-Gameplay. Da weißt du auch schon, was du im Kanal so genannt hast. Es gibt safe einen, der so heißt. Safe. Safe, safe. Was für zwei Gentlemen sind wir doch so ein Junge. Ja. Soll ich dich mit... Hacke ich in so Zylinderhut und so? Hm. Oh. Woah, what the fuck? Nee. What the fuck? Junge, es hat übelst geleckt bei mir in dem Moment. Hast du mich gegrappelt? Ja. Hast du mir da noch einen Shotgun-Shot hinterhergegeben oder warum war das so heftig? Nee, du bist runtergeflogen. Junge. Ja, mach. Editier. Editier. Ja, ich bin zu weit gesprungen beim Meditieren. Scheiße. Ich hab dich gelesen wie ein offenes Buch, Junge. Ich hab dich gelesen wie Crooked Letter. Also eigentlich gar nicht, aber... Ja, das ist es dir. Junge, ich hab dich gelesen wie Forst. Ich hab dich gelesen wie Crooked Letter. Zusammenfassung auf Google. Ja. Äh, nee. Ich geh lieber in die Zone hinein. Also muss mich jetzt nicht hochholen, aber... Ja, noch nicht. ...die Möglichkeit dazu hast. Will ich gegen den Strom schwimmen, Alter? Ich bin halt einfach so ein Red Boy. Immer gegen den Strom. So ein Athlet, Junge. So ein Athlet. Ich bin damals Schwimmunterricht untergegangen nach zwei Minuten. Ich hab 30 Steinen. Nice. Oha! Junge, what the fuck. Das ist also... ...dieser überragendes Spot, bei dem du so bericht landen wolltest. Komm her, Junge. Ey, was ist denn das hier? Anstatt dass ich einfach in Wasser hier land, Junge. Ich bin einfach komplett reingeflo... ...drauf auf dieses Scheißdinge geflogen. Hilfe, ich bin hilflos. Guck mal, ich bin auf das Ding hier draufgeflogen. Guck mal, über... ...da, wo das Dach offen ist, ne? Siehst du das? Oh, Junge, von da oben, oh mein Gott. Das ist doch einfach Talent. Was machst du denn? Ich baue Stein ab. Ich hab einfach nur wieder so intens auf deiner Tastatur geflogen. Als wärst du gerade der größten Buildfight deines Lebens. Ich hab gerade nur gehört... Ich bin ein bunter Boy jetzt. Jetzt passt mein Skin noch zu meinem Namen. Ich hab drei Peppers, grüne AR, blaue Klappschrot, fünf Minis, einen Mad-Kit. Kannst du mir das mal Muni und Mad splitten? Bei mir ist kein einfach Loot-Despawnd. Fick. Professionelles Arena-Gameplay hier. Eine Frage. Wie schießt niemand auf uns? Ja, wie? 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 Vielen Dank.